Tantchen, du bist es wirklich, freust du dich? Klausi, aber klar, sag mal, du bist groß geworden. Als ich dich das letzte Mal gesehen hatte, da warst du doch so klein. Ach, die sind für mich, ach, sind die schön. Dankeschön, du, das ist aber hübsch, dich immer wiederzusehen nach so langer Zeit. Und wie hübsch das ist, mein Gott, Tantchen. Weißt du noch, wie du immer gesagt hast, wenn ich mal 65 bin, dann bin ich zu nichts mehr Mütze. Ja, 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 Knitze. Ach so, ist das schön. Danke. Und jetzt bist du 65 und zu was bist du noch alles Mütze. Ja, natürlich. Kommst sogar rüber zu uns in den Westen. Ich finde, freilich, wenn man 65 ist, dann darf man rüber in den Westen. Ja, und ist das nicht prima? Ja, das finde ich auch so prima, weil es doch der erste Weg zur Wiedervereinigung ist, wa? Ja, na, oh, Tantchen, glaubst du denn immer noch da dran? Na, freilich. Die liegt uns doch allen am Herzen, wa? Ja, und da wollen wir sie liegen lassen, ne? Nee, Junge, das kannst du aber nicht sagen, du. Das kommt doch gar nicht in die Tite. Die Wiedervereinigung kommt, weil nämlich unsere DDR mit Riesenschritten darauf zumarschiert. Die DDR? Ja. Jetzt muss ich lachen. Ja, da brauchst du gar nicht lachen, mein Kicker. Das stimmt. Steht hier sogar schon das Datum fest. Das Datum? Ja, das 7. Oktober 2014. Tantchen, wie willst du denn das wissen? Da will er die DDR filmen, seht's. Da darf die doch auch rüber. Ja. 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 Wie IgenBufflin. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020